Hallo zusammen, mich ist wieder der Heutelah und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount-slash-Achievement-Guide präsentieren, denn wir wollen uns heute einen Mount besorgen, das auch noch gleichzeitig einen Erfolg bringt. Und was wir dafür machen müssen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Mount an, was wir uns holen wollen. Und zwar schimpft sich das einmal Loyales Mammut. Und ja, wenn wir dieses Loyale Mammut eingetütet haben, dann gibt es auch noch ein Achievement, das wir unter Sammlungen und Reit hier finden. Und das Achievement heißt Schwerber Mammut-Diebstahl, befreit ein Magma-Mammut, der Kvalashi dauerhaft. Gut, was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal ein bisschen Ruf. Und zwar müssen wir zwei Ruf-Fraktionen hochbasteln. Einmal Furoreion und einmal noch Sebalion. Die müssen wir beide auf den maximalen Ruf hochbasteln. Und dann können wir bei jeweils den Rüstungshändler dementsprechend ein Item kaufen. Wie erhöhen wir den Ruf hier? Naja, ihr habt verschiedene Optionen. Wenn dann, ihr macht dementsprechend hier an der Obsidian-Zitadelle einen Key-Farm. Also könnt ihr so Schlüsselfragmente farmen, setzt die zusammen und gebt die immer bei dem jeweiligen Mob ab. Oder ihr macht es so, dass ihr jede Woche quasi immer nur die Daily-Quests macht. Übrigens, es gibt auch nochmal extra Quests, wenn ihr hier in der Schmiede, das ist etwa hier unten, einen Schlüssel abkriegt, kriegt ihr nochmal eine Quest. Und hier oben bei so einem, ja, so einem Draconiden oder wie die Viecher heißen, könnt ihr auch nochmal Schlüssel abgeben, gibt es auch nochmal extra Quests. Also hier gibt es einige Weekly-Quests, die euch schon recht gut Ruf bei den beiden Fraktionen bringen. Wenn ihr quasi effizient sein wollt, macht ihr nur immer die Weekly-Quests und habt es dann in ein paar Wochen beide oben. Wenn ihr frei hart reingrinden wollt, dann könnt ihr euch auch dauerhaft quasi die Schlüssel farmen und die bei den beiden abgeben, um dementsprechend den Ruf hochzubekommen. Gut, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns die Items an, die wir brauchen. Und zwar sind wir jetzt beim Rüstmeister von Furorion, der steht hier rechts oben an der Zitadelle und von dem müssen wir uns hier Obsidian-Brille kaufen. Robuste Obsidian-Brille, kostet 800 Gold und soweit ich weiß, müsste da Max-Ruf sein, um die kaufen zu können. Das zweite Items, was wir brauchen, ist einmal hier bei der Rüstmeisterin von Sebalian. Die steht auf der linken Seite von der Treppe und die verkauft uns die Stiefel der Netterschmiede und die kaufen wir uns auch, auch für 800 Gold und soweit ich weiß, müssen wir da auch dementsprechend den Ruf auf die maximale Stufe bringen. Die beiden NPC stehen hier auf der oberen Ebene auf den Koordinaten 24, 56. Sobald wir die Items haben, tigern wir rüber zu dem anderen NPC und zwar Yiris Lichtfinger heißt der, irgendwie sowas. Und der verkauft uns dann ein Item, Magma-Mammut-Harnisch, schimpft sich der und der braucht genau diese beiden Sachen, das kaufen wir dann. Und jetzt haben wir den Harnisch und jetzt, sobald wir den Harnisch haben, müssen wir einmal lostigern. Oh, hier fliegt Alex Traser rum, sehe ich gerade. Müssen wir einmal lostigern und die Mammuts holen. Ich habe jetzt da schon mal ein paar rausgesucht und zwar haben wir hier eins. Ich befinde mich jetzt hier auf den Koordinaten 23, 71 und da setzen wir jetzt einfach mal den Harnisch drauf ein, auf dieses zahme Magma-Mammut. Und schauen wir mal, ob wir das fangen können. Ich muss es reiten. Ah, okay. Heißt, das bugt jetzt gerade ein bisschen. Wir machen jetzt ein Relog. Manchmal kann man es nämlich nicht reiten, wenn es verbuggt ist. Es gibt hier insgesamt vier verschiedene Positionen von denen. Ihr könnt es bei jedem machen. Das sind die gleichen Positionen wie für die Mammuts, die ihr für das kleine Mammut-Deepstahl-Achievement braucht. Und dazu hatte ich ja auch schon ein kleines Video gebastelt. So, wenn es bei euch genauso ist und ihr das nicht anklicken könnt, einfach wie ich einen Relog machen und dann müsste es hoffentlich funktionieren. Ich habe wieder ein bisschen mehr Dons drauf, deswegen zieht sich das ein kleines bisschen. Mal sehen, ob es klappt. Sonst kann ich euch gleich auf dem Map noch die anderen drei Koordinaten zeigen, beziehungsweise wir können es auch noch abfliegen, falls das jetzt hier nicht klappen sollte. Ah, ihr seht ihr, jetzt können wir es anklicken. Jetzt sind wir da einmal drauf und jetzt drücken wir den Harnisch. Und anscheinend hat das jetzt hier nicht funktioniert mit dem. Komischerweise, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt wegen den anderen Items noch, beziehungsweise den anderen Mobs. Dann sind wir am zweiten Spot und zwar hier unten bei den Koordinaten 33, 71. Dort haben wir auch wieder so einen Mammut, das können wir einmal reiten. Und jetzt schauen wir mal, ob das hiermit funktioniert. Ah, mit dem hat es funktioniert, also es ist ein bisschen strange, warum das beim anderen jetzt nicht ging. Ihr seht, das Mount ist aufgeploppt und auch das Achievement. Die anderen Spots, falls ihr jetzt hier an den beiden kein Glück habt, sind hier oben bei den Koordinaten 37, 44 und hier hinten bei den Koordinaten 66, 24. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Mount an. Anscheinend haben wir es direkt in der Mountliste und Magma Mammut, da haben wir es. Loyal des Magma Mammut. Gucken wir uns das hübsche Ding einmal an. Oh ja, macht schon was her, definitiv. Hat auf jeden Fall was, sieht sehr, sehr nice aus. Einmal noch das Mount Special. Gut, das ist das gleiche wie bei den Elex, ne. Da, ich hätte auch nichts anderes erwartet, aber doch, gut, wenn es läuft, sieht es ein bisschen überspeedet aus, ehrlich gesagt. So Mammut hat man ja eher ein bisschen träge in Erinnerung, aber okay. Gut, soweit, so gut. Das ist jetzt einmal das Mount und dann haben wir noch zusätzlich hier das Achievement gekriegt. Schweres, äh, schwerer Magma, äh, Mammutdiebstahl, so rum. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich drücke euch die Daumen beim Nachfarmen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis zum Dannen. Ciao.